Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Folge Geek Talk Daily. Heute am Mittwoch, dem 11. September 2019. Ihr hört die eben genannte Geek Talk Daily 600 und ich glaube mittlerweile schon 93. Genau. Die heutigen Themen sind Standortbestimmungen, Konferenzlautsprecher, Linux Client, Taylor Swift, Spotify und gestern Abend. Ich beginne mal mit Facebook. Die haben nämlich in einem Blogpost erklärt, was das mit den iOS 13 Standortbestimmungen auf sich hat. Gestern Abend hat ja Apple sein neues iPhone und somit auch die finale Version des iOS in der neuen Version vorgestellt, respektive die Golden Master dazu online gestellt und in den nächsten paar Wochen werden die Kundinnen und Kunden der Facebook App wohl oder übel und zum Glück auf die neue iOS-Version wechseln, nämlich iOS 13. Und da gibt es einiges von neuen Sicherheitsfeatures, einige neue Datenschutzbestimmungen, die besser umgesetzt werden. Und eine davon gehört eben auch zum Thema Standortbestimmung. Wenn ihr eine App nutzt, die den Standort permanent oder gelegentlich abfragt, wird iOS 13 euch beim ersten Mal starten daran erinnern. Sie zeigt euch auf der Karte an, wo das Ganze gerade ist und bringt auch noch ein paar mehr Details dazu, so dass ihr schlussendlich entscheiden könnt, sollte Facebook weiterhin meinen Standort kennen und oder eben doch nicht. Oder nur wenn die App geöffnet ist und wenn schon, dann rate ich euch vor allem bei vielen Apps zu Letzterem. Facebook selber hat das Ganze natürlich noch genutzt und das finde ich auch nicht schlecht und ein bisschen transparent darauf hingewiesen, was sie zusätzlich da noch mitspeichern. Das ist nämlich nicht nur die GPS-Daten vom Standortbestimmungen. Es wird gleichzeitig auch noch Informationen wie Social Check-in bei Events, Event-Informationen generell, Informationen über eure Internetverbindung, also per Mobil oder per WLAN und wo und wie reingeht und ein paar andere Dinge, um eben zu bestimmen, wo ganz genau ihr steht und vor allem mit wem rundherum und so weiter. Ja, Microsoft in zwei Wochen ist soweit, dann kommt ein neues, wahrscheinlich Surface wieder mal hervor. Das kommt ja immer im Oktober, ja meistens im Oktober wird das gezeigt und der Event wurde schon länger angekündigt auf den 2. Oktober. Das Event findet in New York statt und jetzt taucht eine Patentmeldung ein und die ganze Blogosphäre, zumindest die, die Windows positiv genossen ist, hat natürlich einiges rausgeschmissen. Man munkelt jetzt, dass Microsoft an einem Gerät arbeitet, das als Freisprecheinlage oder ähnliches genutzt werden kann im Zusammenhang mit Teams. Nicht mal ganz so eine doofe Geschichte, da haben sie ja diverse Kooperationen mit diversen Herstellern und warum nicht auch was Eigenes machen, weil ja, vor kurzem hat man auch Kopfhörer vorgestellt und von denen gab es ja vorher auch schon genügend auf dem Markt. Ich bin sehr gespannt, was da alles kommen wird und ja, wir sehen es. Wir bleiben gleich bei Microsoft Teams. Jetzt wurde offiziell bestätigt, dass es auch bald, aber bald wurde nicht genau definiert, eine Linux-Version der App geben wird. Definitiv nicht verkehrt und ja, alle Linux-Nutzer, die auf die App angewiesen sind, freuen sich auf jeden Fall darüber, denke ich mir doch. Taylor Swift und Microsoft sind ja vor ein paar Jahren, ich glaube 2013, 14 mal in Clinch geraten wegen dem Taybot, Taybot oder wie er hiess und das, wie das Ganze passiert ist, was dahinter steckte und so weiter. Wir haben einen Link dazu in den Shownotes drin, da könnt ihr euch ein bisschen einlesen. Da gibt es nämlich jetzt Neuigkeiten zu demjenigen Verantwortlichen aus der damaligen Zeit, der sich da ein bisschen dazu geäussert hat, wie das gekommen ist. Dann als zweitletzte News haben wir etwas, was viele Android-User freuen wird. Das Homescreen-Widget ist nämlich zurück. Welches genau? Das von Spotify. Ich hatte es hier schon vor vielen, vielen Wochen in der Daily mal drin. Das ist nämlich in einem der letzten Updates rausgeflogen. Die Meute, Entschuldigung, die Kunden haben rebelliert. Spotify hat zugehört und hat es jetzt zurückgebracht. Ab der neuesten Version, wenn ihr die jetzt installiert, habt ihr das Widget zurück. Und ja, gestern Abend ist was passiert. Dem einen oder anderen wird es erst heute Morgen aufgefallen sein. Es gibt zwei Podcast-Folgen seit gestern Nachmittag hier im Podcatcher zu diesem Podcast. Es war ganz einfach. Am Anschluss an die Berichterstattung im Blog, vom bogipsi.ch-blog, habe ich spontan entschlossen, eine kurze Sonderfolge zu machen. Wollt ihr das nicht im grossen Geek Talk veröffentlichen, weil wir da am Freitag noch drüber sprechen, sondern einfach mal als Zusatz-Content in die Daily schmeissen. Ich bin echt gespannt, wie das bei euch ankommt. Somit, wer es verpasst hat, unbedingt da noch reinhören, denn hier habt ihr ja nicht wirklich etwas von der Apple Keynote mitbekommen. Oder ganz kurz gar nicht, ja, iPad der siebten Generation, Apple TV Plus zum Kampfpreis, auch zum Kampfpreis, Apple Arcade, die Apple Watch Series 5 wurde vorgestellt, die neuen iPhones, 300 Zahl und was genau da alles drin ist. Wie gesagt, hört euch die 0692 an und oder lest euch in pokipsi.ch-blog ein. Bis dann, euer Pokipsi, euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Ich wünsche ein super Deutsch zum Schluss. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.